Mein Name ist Hofstetter Berenice, Kurt Loschek, Manuela Haas, Requirements Engineer, Produktmanager und ich arbeite bei der Raiffeisen Software GmbH. Die Raiffeisen Software GmbH ist das Softwarehaus der Raiffeisen Bankengruppe Österreich. Ich bin zuständig für das magische Dreieck, Qualität, Termin und Budget muss passen. Und das Allerwichtigste ist, dass die Kunden am Ende zufrieden sind. Was mir besonders taugt, ist immer am aktuellsten Stand der Technik zu arbeiten. An innovativen Lösungen mitzuarbeiten. Wenn aus wirklich schwierigen Aufgabenstellungen, Problemen Schritt für Schritt Lösungen werden. Wichtige Eigenschaften meiner Meinung nach sind analytisches Denken, Ehrgeiz. Das Interesse an neuen Entwicklungen am Markt, was passiert und wie kann ich das am besten für das Unternehmen und die Kunden nutzen. Ich würde meinem 14-jährigen Ich in erster Linie raten, viel zu reisen. Die Augen offen zu halten, nach Chancen zu suchen, sie ergreifen. Und der dritte Ratschlag wäre, investiere in Apple und Facebook Aktien.